Hey und Willkommen hier bei Mixit Vlogs. Wir sind heute auf dem Barmer und Elberfelder Weihnachtsmarkt und zeigen euch den mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das war's auch schon wieder von unserem Vlog hier aus Eberfeld. Wie ihr seht, haben wir gerade ein Kakao getrunken und gehen jetzt gleich nach Hause. Und ja, vielleicht machen wir noch einen Vlog vom Sonntag, weil da habe ich Geburtstag. Bist ihr aus der Podcast-Folge, die bald online kommt? Und ja, dann hören wir uns wieder im Podcast oder im nächsten Vlog hier auf Mixit Vlogs. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.